Hallo zusammen, hallo KFC-Fans. Wir sind gestern gut angekommen, haben eine gute Anreise gehabt, haben jetzt keine langen Verspätungen gehabt. Wir sind am Nachmittag hier angekommen in einem überragenden Anteil, glaube ich. Wir fühlen uns wohl. Wir haben gestern eine Einheit gehabt, heute in der frühen Einheit und vorhin eben das erste Testspiel im neuen Jahr. Wir haben es positiv bestreiten können, haben 2-1 gewonnen. Für mich natürlich auch persönlich, seit drei Monaten wieder auf dem Platz zu stehen mit der Mannschaft war sehr, sehr schön. Von daher sind wir gut reingestartet. Ich glaube, wir fühlen uns alle hier wohl. Ich glaube, es sind überragende Bedingungen, Top-Zimmer, Top-Plätze, super Essen, alles drumherum passt. Ja, von letztem Jahr, glaube ich, wenn man es ein bisschen vergleicht, ist es schon echt ein Ticken besser, was wir hier jetzt, was wir hier zu bieten haben. Von daher können wir jetzt die nächsten 8 Tage oder 7 Tage weiter Gas geben und voll reinhauen im Trainingslager. Dann gebe ich mal weiter an meinen Freund Pali. Ja, also ich glaube, man kann hier echt nicht meckern. Man hat hier echt alles, was man braucht. Klar, das Wetter ist jetzt nicht unbedingt viel mehr mehr als in Deutschland. Ich meine, wenn wir gesehen haben, das heute recht mit Handschuhen gespielt haben. Das sagt, glaube ich, alles. Aber sonst hat man, glaube ich, hier echt alles. Also, ich habe auch mit Dortmund vergleicht. Im letzten Jahr waren wir in Spanien gewesen. Da waren die Bedingungen zwar auch gut, aber die Trainingsplätze waren zum Beispiel hart, zu hart oder wir mussten eine halbe Stunde laufen zum Platz und so weiter. Und hier kriegt man nicht alles wieder. Werden gefahren zum Platz zum Beispiel, werden abgeholt. Ich glaube, da können wir echt nicht schmeckern. Das sind optimale Bedingungen, ja. Nee, auf jeden Fall. Von daher wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche oder eine schöne Woche. Wir geben hier Gas und wir sehen uns bald. Wir freuen uns auf euch. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.